Moin Moin, ich bin Kai vom Steinekanal und in diesem Video geht es um drei kurze Themen. Zum einen habt ihr euch vielleicht gefragt, was es mit der Überschrift bzw. dem Thumbnail 1 Million auf sich hat. Denn wir haben vor kurzem mit dem Steinekanal hier auf YouTube kürzlich 1 Million Aufrufe erreicht und für unseren kleinen Kanal ist das ein toller Meilenstein, den wir erreicht haben. Und dafür möchten wir euch allen recht herzlich danken und freuen uns, dass unser Content bei euch Zuspruch erhält. Vielen lieben Dank! Zum zweiten Punkt möchte ich euch auf unseren aktuell stattfindenden Sale hinweisen. Ihr findet in unserem Onlineshop auf trendgames.de viele reduzierte Preise, nicht nur von Kobi, sondern auch anderen Herstellern. Der Sale läuft noch bis zum Montag den 20. Mai 2024 um 23.59 Uhr. Es gilt natürlich nur solange der Vorrat reicht. Heute und morgen kommen dann noch ein paar einzelne Sets hinzu. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Mein persönliches Highlight ist der ferngesteuerte Kihui Raketenwerfer. Dazu habe ich auch mal ein Review hier auf YouTube erstellt und wie gesagt viele andere Hersteller findet ihr dort ebenfalls. Beim dritten Punkt haben wir noch ein Giveaway für euch. Wir verlosen eine Chessna von Kobi. Hinterlasst hierzu einfach einen Kommentar mit einer Miu bis Montag den 20. Mai 2024 um 23.59 Uhr. Und wir geben den Gewinner im Community-Reiter hier auf dem steilenden Kanal auf YouTube bekannt. Der Gewinner hat daraufhin 30 Tage Zeit sich bei uns zu melden, damit wir ihm den Gewinn zusenden können. Dann danke ich nochmals recht herzlich für eine Million Aufrufe und freue mich schon auf die nächste Million. An dieser Stelle findet ihr rechts und links noch eine Video Empfehlung für euch und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.